... eingeblendet. Ja, es geht gegen Hoffenheim im nächsten Bundesligaspiel. Und das wird dann alles andere als einfach für sie werden. Er pfeift, Strafstoß! Keine Frage für mich, Buschi. Hier muss es Elfmeter geben. Nur, dass es keine Karte gibt, das überrascht mich dann doch. Ja, das muss man ganz deutlich sagen. Das ist eine Fehlentscheidung. Das war mindestens gelb.